Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde bei Fenton. Vor kurzem habe ich ein Video erstellt, wie ihr sehen könnt, dass 100% ein Respawn von Bäumen in Suns of the Forest klappt, indem man eine Detail löscht. Durch ein Update von Suns of the Forest, was vor kurzem rauskam, ist dieses leider nicht mehr so möglich, wie ich es vorher gesagt hatte. Aber in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen 100%igen Respawn wieder hinbekommt. Wie ihr schon während der Einleitung sehen könnt, bin ich dabei schon ein paar Bäume abzuschlagen und dann auch abzuspeichern, damit ich es euch direkt auch in den Ordner zeigen kann. Wie bereits in dem letzten Video müsst ihr einmal auf lokalen Datenträger C gehen, dann einmal auf Benutzer, wählt hier euren Namen aus und damit ihr die App Data sehen könnt, geht ihr einmal auf Ansicht und könnt hier einmal den Reiter ausgeblendete Elemente anzeigen, einen Haken reinmachen, damit ihr auch den Ordner App Data sehen könnt. Natürlich gibt es auch einen anderen Weg, indem ihr hier links unten in der Suchleiste eingebt, Prozent App Data Prozent und seid dann direkt einmal hier in App Data drin unter Remoning. Da müsst ihr nur einmal zurückgehen hier auf App Data und könnt von da aus weitermachen. Ich zeige euch das aber mit der Ansicht ausgeblendete Elemente ein, dafür brauchen wir diesen Abschnitt nicht. Wir gehen einmal auf App Data rauf, gehen auf Local Low, auf Ant Night, Sons of the Forest, Saves, hier wird einmal eure ID angezeigt, da klickt ihr rauf. Nun kommt es darauf an, welchen Modus ihr ändern wollt, in welchen ihr seid. In meinem Fall ist es hier der Singleplayer. Wie ihr sehen könnt, hat Sons of the Forest jetzt ein Backup System eingeführt, weshalb diese Dateien angezeigt werden. Das macht aber nichts, denn es ist einfach trotzdem die Datei zu löschen und den 100%igen Respawn der Bäume wieder zu haben. Dafür geht ihr auf die neueste Datei vom Backup, drückt Doppelklick rauf, drückt OK. Nun seht ihr die gleiche Save Datei mit den gleichen drei Ziffern am Ende. Diese nehmt ihr einmal, könnt sie ausschneiden. Wenn ihr euch unsicher sein solltet bei eng ein Schritt, nehmt gerne einen Ordner auf euren Desktop und kopiert die Datei rein. In diesem Fall bin ich mir zu 100% sicher, dass es klappt, denn ich habe im Vorwege bereits ein bisschen rumprobiert und das getestet. Nun geht ihr einmal zurück, drückt einmal Rechtsklick hier in den Ordner, drückt auf Einfügen, drückt dann auf Datei im Ziel ersetzen. Wartet kurz einen Moment. Nun wurde die Datei überschrieben, weil es die gleiche Save Datei ist, wie auch bei den Backups. Hier könnt ihr einmal bei der Datei, die ihr überschrieben habt, einmal Doppelklick drauf machen. Ganz unten, World Object Locator Manager Save Data nehmen und diese löschen. Nun geht ihr einmal auf Zurück und könnt diese Dateien vom Backup problemlos löschen. Wenn ihr nun versucht, Suns of the Force zu starten, werdet ihr diese Message bekommen. Wir wollen nicht aus dem Cloud Speicher starten, sondern aus dem lokalen Speicherstand, damit die Datei genommen wird, die wir eben überarbeitet haben. Da klickt ihr rauf, geht auf Weiter und das Spiel startet. Im Spiel angekommen, starten wir einmal den Speicherstand. Nun, wo es fertig geladen hat, können wir sehen, dass alle Bäume, die wir vorher geschlagen haben, wieder respawned sind. Ich würde euch sehr gerne noch einen kleinen Hinweis geben, denn ich hatte es auch den Fall gehabt, dass ich das Spiel gestartet habe und automatisch eine Backup-Datei wieder hinzugefügt wurde. Sollte das passieren, während ihr das Spiel startet, in dem Ordner, den ihr bearbeitet habt, müsst ihr diese Dateien vom Backup einmal markieren, löschen und dann ganz normal den Speicherstand starten. Somit lädt ihr nicht mehr dann vom Backup, sondern von der Datei, die ihr soeben ja geändert habt. Ich hoffe ja weiterhin, dass Suns of the Forest bald ein Future rausbringen wird, damit die Bäume auch wirklich nachwachsen und man nicht auf solche Methoden zurückgreifen muss. Denn es wäre ziemlich cool, wenn so ein Baum einfach nach einer Zeit dann auch mal nachwachsen würde und man nicht mit der Gewissheit leben muss, ob es überhaupt passiert oder nicht. Für den Fall, bis es soweit ist, könnt ihr sehr gerne dieses Video nutzen und den Baum-Respawn für eure Welt aufgreifen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aktiviert gerne die Glocke, abonniert und lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar mit Feedback da lasst, eventuell mit Tipps und Tricks, die ihr gerne in der Zukunft noch sehen wollt. Das war euer Phantom. Ciao von now! Outro